Temperaturunterschiede von über 10 Grad bei noch weniger Kilometer Distanz, das gibt es bei Föhnwetter im Riettal, wie wir es heute hier erlebt haben und in der Berg, wie wir an der Pizzol Webcam sehen, starke stürmische Windböe, der Schnee wird so richtig aufgewirbelt und der Föhnwind, der kann heute im Tagesverlauf, wie wir da in der Profi-Wetteranimation sehen, bis zum Rohrspitzführer durchdrehen und zwar mit Windgeschwindigkeit, denn jeder Nacht auf morgen Dienstag, so um die 70 bis 80 Kilometer pro Stunde, durchaus auch im unteren Riettal, in den Föhn-Hotspots, Brandnertal, im Rettikongebiet und vor allem im oberen Liechtenstein, da kann es eben bis zu 120, 130 Kilometer pro Stunde gehen, also schon fast orkanartige Windböe. Der morgige Dienstag eben sehr durchwachsen, immer wieder mal Wolken, die drüber zünden, kurzer sonniger Abschnitt und vor allem viel Wind, der Wind, der lädt den erst in der zweiten Tageshälfte nach und zum Mittwoch auch zieht sich der Föhn dann eher so in Bergregionen zurück. Im Hoch im Tal bleibt es aber trotzdem mild, es kann in der Morgenstunde ein bisschen abkühlen, aber untertags immer noch Werte über 10 Grad. Ähnlich dennoch am Donnerstag, eben ruhiges Wetter und auf dem Freitag auch, da schaut es dann so aus, dass der Föhn noch einmal ordentlich mitmischt und für Windgeschwindigkeit, also bis zu 100 kmh sorgt. In der Nacht auf dem Samstag, da sollte dann aber eine Kaltfront hineinziehen und für ein paar Niederschläge sorgen, wie viel das sein wird, können wir jetzt noch nicht sehen. Aber es sind dann durchaus, wenn der Wind nicht stark ist, ein paar Zentimeter Neuschnee, so umlagend ab 1200 m zum Erwarten. Mal schauen, ob das so kommt, denn es ist bitter notwendig, denn die Schneedecke, die jetzt nach dem Furka-Joach liegt, die wird durch den Föhn deutlich zämmersacken. Und du siehst du wie Nächte, die sind eher schlecht, das heißt, dass wir vor allem in Lagen unterhalb von 1000 m jetzt nicht damit rechnen können, dass es Schnee gibt wie Nächte. Aber auch im Gebirge schaut es eher mau aus. Hat euch das Video gefallen, gerne ist doch ein Like und abonnieren unseren YouTube-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder drehlogen und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne letzte Adventwoche. Mein Name ist Lukas Alton, ciao miteinander. Bis zum nächsten Mal.